Das Video läuft. So, erstmal schön, dass ihr da seid und guckt jetzt in der Verlosung. So, wir fangen jetzt erstmal an mit Uhrenwelt. Hier haben wir uns ein paar schöne Bretter mit unserem Logo. Davon haben wir zwei Stück für die Verlosung. So, die Nummer eins ist die 118. Das zweite Brett bekommt die Nummer 121. So, Pankowski-Gutschein, 50 Euro. Danke, Kevin. Bekommt die Nummer 801. Inveskultur-Gutschein im Wert von 50 Euro. Bekommt die Nummer 716. Fotogutschein von Andreas. 25% Rabatt. Bekommt die Nummer 32. So, Foxfell-Out hat einmal ein Stöfchen und einen Weinhalter für uns gebaut. Dann kommt jetzt erstmal das Stöfchen. Das ist die Nummer 637. Weinhalter. Das ist die Nummer 89. So. Fat Teddy-Gutschein. Teddy-Gutschein. Danke dafür. Ein Wert von 120 Euro. Bekommt die Nummer 794. Freenet Bluetooth-Lautsprecherbox. Bekommt die Nummer 438. Dann haben wir nochmal 5 Folien extra von Nick gesponsert bekommen. Eine bekommt die Nummer 46. Da geht er einfach zu Nick und Argen. Der macht euch das. ein Freenet-Lautsprecherbox. Die Nummer 2 bekommt die 782. Dann den dritten bekommt die Nummer 440. Die Nummer 4 bekommt die 806. Und der letzte, die letzte Folie bekommt die Nummer 698. So. Dann der erste Wolke-Gutschein im Wert von 50 Euro. Dann bekommt die Nummer 49. Dann haben wir einen Gutschein von Burgerculture, Casablanca und Weltspiegel-Kino. Ein Wert insgesamt von 60 Euro. Bekommt die Nummer 224. Dann System Promotion Events. Hat noch 2 Freikarten gesponsert. Bekommt die Nummer 793. 255. Das Carrera-Auto bekommt die Nummer 355. Dann den Lollipop Event-Gutschein im Wert von 50 Euro. Bekommt die Nummer 141. 355. Dann von der Feuerwehr bekommen. Rucksack. Ich zeige es euch mal schnell. 333. So sieht die Nummer 338. Kukua-Wini Gutscheine wert von 40 Euro bekommen. die nummer 144 so wenn die dieske coaching gutschein bekommt die nummer 61 so jetzt kommen wir zu christian zappel tätegutscheine wert von 120 euro bekommt die nummer 366 dann haben wir es alles durch noch danke an alle die mitgemacht haben super ding von den ganzen firmen ist ja nicht selbstverständlich lasst mal eine eignung für den leuten da schönen weihnachten